Ich kriege eigentlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Besser gesagt, leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Ist ja wieder typisch, dass die beide zusammen da sind. Wurpen wird nichts. Der nächste Versuch, um in einem System zu bleiben, wie man sieht, wegbörnen. Es muss nicht immer sein, zurück zum Gate zu börnen. Situationsabhängig war es natürlich auch. Soll ich ihm jetzt sein Schiff einfach mal versuchen? Er hat sich jetzt gekloakt, oder? Scheiße, ich habe nicht darauf geachtet. Scheiße, 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 Scheiße. Ich war richtig, oh fuck alter, oh ist das ärgerlich. Ich war richtig, oh fuck alter, oh fuck alter. Ich war richtig, oh fuck alter.